und machen sie gleich auf nach wahrenheim ist nur die frage wie sehr wir überladen sind durch das ganze zeug das war echt hinhältig von den piraten haben erstmal schön gewartet bis wir vollgepackt sind mit lauter zeug das wir gar nicht wirklich brauchen und mir jetzt so zu überfallen sind halt piraten so du stehst dich mal dahin abwarten du stehst da recht ungezogen hast nur drei bewegungspunkte dann hat mir wohl die schuppen panzer oder direkt nämlich nur ein bewegungspunkt könnten was wegwerfen was haben denn da ein schuppen panzer zwei schuppen panzer ich denke selbst wenn wir wegwerfen haben wir nicht genug bewegungspunkte um irgendwie aktiv was mitzumachen also muss terek mal eine weile rumstehen abwarten tut mir leid terek so du haust ihn du könntest mal aushelfen so wo steht ein pirat hier steht ein pirat heißt du musst dahin gehen dann verbrennen wir auch das letzte letzte astral energie von talana du gehst mal dahin den kampf da ein wenig schneller zu beenden denn ohne terek wird das schon beide dauern ach so jetzt darfst du dich nicht im weg von der du geh mal dahin wo sitzt dich dadurch gewinnen gehst näher ran aus dem es viel zu eng hier so du schießt auf den du kommst dann nicht mehr durch also haust du wieder den und du machst jetzt ein ignifaxius auf den da nehmen wir mal vier Zack, 15 Trefferpunkte. Der müsste eigentlich gleich abkauen. So, du gehst bitte da durch und da hin. Hoffen wir einfach mal, dass von da unten keine Verstärkung kommt. Und schießt jetzt dem da in die Seite. Du machst das Ganze gleich nochmal. Ne, du stehst jetzt falsch, ne? Ja, du gehst mal... Ist das da richtig? Ah, sie stand doch richtig. Grummel, abwarten. Du wartest auch ab. Du schießt dem da. Ah, schade. Das wäre so richtig schön, er war einen Schritt vor dem Ausgang weg und kriegt dann noch einen Pfeil in den Rücken. Das hätte gepasst. Aber na gut, dann halte ich. So, gib mir Talana. Ich will einen Piraten wegbrutzeln. Oh, sie darf nochmal versuchen. Jetzt aber. Na, also. Du haust wieder den. Na, endlich. So, Kampf. Ich weiß jetzt nicht, ob es da angeschlagen ist. Machen wir einfach nochmal vier. Und was auch immer er war, er ist jetzt tot. Und für die letzten beiden machen wir auch wieder Kampf. So, der eine ist eingekesselt. Ne, nicht ganz. Konnte noch fliehen. Und der andere müsste eigentlich auch gleich abhauen. Jo, sehr schön. Brauchen wir alles nicht. Zwölf Abenteuerpunkte. Und wir sollten uns langsam von dannen machen. Warum hast du hier drei Bewegungspunkte und im Kampf hattest du nur einen? Das finde ich jetzt etwas komisch. Na gut. Wir wollen hier raus. Und zurück nach Warenheim. Oh oh. Ähm. Ich hab mich da gerade verdrückt und bin in noch ein Wachhaus reingelaufen. Äh. An der Tür des Wachhaus liegt Linke Rangweilt. Eine bewaffnete Frau, die euch gleichgültig mustert, während ihr euch nähert. Woher, wohin? Fragt sie, ohne dabei ihre Position zu verändern. Äh. Eure Stadt besichtigen, mein schönes Kind? Komm mir bloß nicht dumm, Süßer. Sonst püriere ich dich an Ort und Stelle. Verstanden? Äh. Verzeihung, ich war plump. Das hört sich doch gut an. Und wenn du jetzt noch ein wenig hinkniest, lasse ich dich vielleicht sogar passieren. Ah. Ich will jetzt nicht schon wieder kämpfen. Ähm. Muss das denn unbedingt sein? Meine Hose ist neu. Das macht ihr wirklich ganz wundervoll. Schade, dass für solche Leute hier kein Bedarf besteht. Äh. Warte mal. Na gut. Auf nach Warnheim. Die ganze Beute verkaufen. Und dann gehen wir als allererstes gleich wieder in das Wachhaus zurück und verprügeln, die nette Dame. Sollte uns noch ein wenig auskurieren. So, Waffenhändler war da oben. Hallo, Fironia. So. Genug der schönen Worte. Wir haben jede Menge Schuppenpanzer. Die hier leider nur 75 Dukaten bringen. Aber das läppert sich trotzdem. Und du hast nichts mehr. Du hast noch Plattenzeug. Das bringt allerdings noch vier Dukaten. Ich hätte gedacht, dass das teurer wäre. Na gut. Den Schuppenpanzer auch noch. Und das verkaufen wir jetzt erstmal, bevor wir wieder irgendjemanden anklicken, der die ganzen Kauf unterbricht. Und wir versuchen, 45 mal rauszuholen. Ne. 40? Ah, sehr schön. 327 Dukaten. Das sieht doch schon gleich wieder viel besser aus. So. Hat Yallen noch was? Ja, du hast noch zwei Schwerter. Zalana? Oh, wir können sogar Zalana anklicken. Das ist doch mal praktisch. Aber sie hat gar nichts. So. Da nehmen wir nur 30. Gwenlyn. So. Raus hier. Und in die nächste Herberge. Roarlives bescheidene Hütte. Ich glaube, hier haben wir auch schon zwei, dreimal drin geschlafen. Essen wäre erstmal richtig gut. Nehmen wir uns eine Suite. Und wir bleiben für fünf Tage hier. Talana meditiert noch vorher. Für sagen wir mal 15. Zack. Also bei den Elfen könnte es reichen von der Astralenergie her. Ja, fast. Eigentlich müssen sie auch nur genug haben für zwei Full Monictus. Oh, das war doch sehr ergiebig. So, Pfeile reichen auf jeden Fall. Oh, einmal Plattenzeug. Das verhökern wir noch kurz. Und ich habe da noch ein Schwert gesehen. So. Gwenlyn. Plattenzeug. Schwert. 30%. 20%. Seher Bursche. So, hattest du jetzt einen Zweihänder? Hm. Oh. Die Streitachs zählt als Zweihänder? Das könnte man doch mal probieren. Ja, komm. Warum nicht? Nehmen wir mit. 30%. Gwenlyn. Und gucken wir uns mal die Werte an. Also, wer hat die Axt bekommen? Warum? Gib das mal Gerogon. Also, Gerogon hat jetzt 11.6. Jetzt hat er 11.7. 9.2. Das heißt, er hat eine um zwei verringerte Attacke. Aber dürfte jetzt gut und gerne doppelt so viel Schaden machen. Das testen wir mal im nächsten Kampf mal aus. Ah, das Eisenschild. Wiegt jetzt ein bisschen viel. Aber wir werden ja gleich wieder ein Gullmannblatt hoffentlich essen. Wenn wir in Dispote angekommen sind. Ja. Nicht groß Inventar wieder diskutieren. Sondern einfach wieder zurücklaufen. Zack, 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 zack. Oh, und wo wir gerade mal hier sind. Vielleicht können wir ja jetzt ja die Dame besuchen. Die Dame besuchen. Ihr klopft. Aber anscheinend ist niemand zu Hause. Hm. Okay. Schade. Dann sagen wir dem Jäger hallo. Und gehen sofort zu dem Wachhaus. Das müsste eins von den beiden hier gewesen sein. Ich glaube hier. Genau. Von da hinten kommen wir und nach da vorne gehen wir. Für dich ganz langsam. Von hinten nach vorne. Jungs, kommt spielen. Das sind schon mal jetzt vier Wachen. Mal gucken, ob die auch später... Ah, ich hab's schon wieder ver... Ja. Da. Ja. Ich hab schon wieder die Gullmannblätter vergessen. Das kommt davon, wenn man immer die Sachen zu schnell machen will. So, du gehst dahin. Und du stellst dich dahin. Wartest ab. Du läufst mal da um die Ecke. Und du zauberst sofort. Und das misslingt auch noch. Ja, das ist die Rache dafür, dass ich die Kräuter vergessen hab. So, kommst du da irgendwo durch? Nicht, ohne dich im Weg zu stellen. Dann stell dich doch mal da in den Weg. Die wollen jetzt alle im Fernkampf bleiben. Das ist gar nicht gut. Na gut, dann muss Terek halt hier auch abwarten. Du gehst dahin und schießt den an. Das heißt, die Elfen nehmen den einen da erstmal aufs Korn. Oh, das ist doch gut. Da ist ein kleiner Gang aufgegangen. Das heißt, Geroon kann sich jetzt also einigermaßen dran vorbeischlingeln. Konnte sich einigermaßen dran vorbeischlingeln. Dann mach's halt so rum. Geh dahin. Kommst du da auch durch? Ja. Jetzt muss nur noch Terek. Oh, super. Genau so hab ich mir das vorgestellt. Also, du. Dahin. Abwarten. Du. Schießt den an. Nur umschießt den vor Geroon an. Und Terek läuft da links um Geroon rum. Mann, 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 Mann. Das wäre alles einfacher gegangen, wenn wir zwei Bewegungspunkte extra hätten pro Charakter. Aber na gut. Wir haben ja noch ein paar mehr Gebäude hier, die wir aufräumen wollen. Das passt denn schon. Oh. Da hat wohl einer nicht gebunden. Mach mal Kampf. Faxius. Auf den, der nicht da steht, wo er stehen sollte. Dann mach halt auf den da hinten. Für fünf. Zack. Zack. 18 Trefferpunkte. Der dürfte gleich fliehen. Und wenn nicht, dann piekst ihn einfach. Oh, oh. Hat Geroon abbekommen. Aber dann piekst ihn einfach Gwinnlind ein bisschen. Und dann müsste er auch fliehen. So, du schießt den nochmal. Und ja, dann sollte er gleich etwas Abstand nehmen. Genau. Und mit etwas Glück wechselt er dann das Ziel auf Gwinnlinden. So, stoppst den nochmal. Ah, ist aufdringlich. Na gut. Hilft nix. Nee, du zauberst jetzt nicht. Wir warten erstmal ab, ob der weglaufen will oder nicht. Ich will nicht eine Feuerlanze dafür verschwenden, ein, zwei Trefferpunkte wegzubrennen. Aber irgendwie will der Pirat vor Gwinnlinde nicht. Ah, doch. Oh, und er kämpft weiter. Auch nicht schlecht. Dann geh mal da hin. Du haust den. So, wird der Kampf. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen können, außer natürlich Talana, die den Weg läuft. Das würde ich echt gerne mal ausstellen können. Aber naja. Hilft nix. Oh, zehn Trefferpunkte von Gerogon. Ja, doch, der Zweihändler ist nicht schlecht. Also die Zweihand-Axt. So, was haben wir hier? Armbrüste, Bolzen, Schildlaterne und Öl. Nö, wollen wir nicht. Und kein zweiter Kampf. Das ist doch schön. Dann haben wir jetzt Zeit, endlich die Jullmannblätter zu essen. So, du, du. Die werden auch schon wieder langsam knapp. Aber wir verbrauchen ja jedes Mal fünf Stück, wenn wir uns hier aufputschen wollen. So, Jallin noch. Also, das hier oben haben wir alles. Es fehlen nur noch die vier Gebäude hier. Also, wir gehen jetzt erstmal zu dem Grauen. Ähm, äh, hier. Der Segelmacher. In einem großen Zimmer sitzt ein Mann auf einem Tisch und bearbeitet gerade ein Stück Segeltuch mit Nadel und Faden. Als sie eintritt, blickt er kurz auf und knurrt. Keine neuen Aufträge mehr bis zum Ende des Monats. Etwas mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Wie kommt ihr mir denn vor? Wie wäre es mit gefährlich? Ein Grund mehr, euch an Ort und Stelle zu verdreschen. Und er ist allein. Okay. Sehr alter Mann. Und sportlich, wie wir sind, stürmen wir gleich zu sechst auf ihn ein. So, Tiri stellt sich natürlich sofort in den Weg, aber das passt schon. Oh. Nur um Swaff ist kaputt. Ha. Ach so, der Computerkampf hat automatisch gewechselt. Und da wir keine Ersatzwaffen mehr für die Elfen haben, hat sie auf Hand gewechselt. Und jetzt meckert sie, dass sie keine Waffe in der Hand hat. Hm, ja. Oh, Gerogon hat gerade für 15 getroffen. Ja, doch. Zwei Händen, der war definitiv eine gute Idee. Kommt schon, verdrescht den Kerl. Okay. Na gut, er ist gefloren. Wie ha-ha. Okay. Das ist jetzt die Beute von dem einzelnen alten Mann. Das ist nicht die Beute, die im Haus ist. Das hat er alles persönlich dabei gehabt. Laute Rapiere, Skrayas, Weinflaschen. Noch mehr Skrayas, Dolche, Silberschmuck. Mann, Mann, Mann. Und 18 Abenteuerpunkte. Oh, das war doch die Beute aus dem Haus. Normalerweise wird die aber erst später angezeigt. Das ist ja auch kurios. Das ist ja auch kurios.